Etwas durchwachsen sieht es aus, was wir gerade beim Markt haben. Der DAX ist ja jetzt positiv, ist ja negativ. Wir haben heute schon einen Abwärts-Gap gehabt. Seitdem hat er auch nicht wirklich was gewinnen können. Wir sind mehr oder weniger zur Seite gelaufen, ein bisschen vor, ein bisschen zurück. Aber nicht wirklich, dass es was gebracht hat. Insgesamt also eine, sagen wir mal, etwas entspannte Situation. Und das passt eigentlich gut in das Bild. Das, was ich mir am liebsten wünschen würde, wäre nämlich ja, dass wir nach diesem Abschwung hier nach unten jetzt etwas bekommen, was so aussieht. Und im Moment kann man sagen, denkbar ist das allemal noch. Also ich glaube, das müssen wir in diesem Video gar nicht so sehr breit treten. Denn es ist genau das, was ich euch ja immer erzähle und was wir auch gestern schon gezeichnet hatten. Gestern waren wir allerdings erst hier oben angekommen. Jetzt sind wir wohl offensichtlich in diesem Mittelteil irgendwie unterwegs. Also diese Abwärtsbewegung, was wir hier haben. Und dann anschließend nochmal nach oben. Ist das übrigens was, was man handeln kann? Ich handle das doch immer ganz gerne. Grundsätzlich schon. Aber wenn ich es mir jetzt beim Index hier angucke, beim DAX zumindest jetzt mal, dann sehe ich etwas, das hat doch so ein bisschen Dreiwelligkeit. Kann man da nicht long gehen? Ja, also ganz schlecht finde ich so eine Idee nicht. Allerdings muss man dazu sagen, dass das nicht wirklich nach einem Impuls aussieht. Also nicht fünfwellig oder einwellig. Im Gegenteil, man hat eher den Eindruck, dass das hier in der Mitte eine große Pause hat. Das muss nicht stören. Dann haben wir halt hier insgesamt vorne eine relativ deutliche, hier hinten eine relativ deutliche, einmal unterbrochen. Ist das nicht per se schon ein Zigzag? Ja, das ist allerdings mir zu früh, um hier zu shorten. Ich weiß, manchmal verpasse ich dadurch Gelegenheiten. Aber diese Korrektur ist mir einfach zu kurz. Wir haben da ja immer so ein bisschen so ein Grobmaß, damit wir sehen können, wie schnell ist das Ganze. Ach Gott, jetzt verrutsche ich auch nochmal. Aber dann seht ihr, das Ganze ist wirklich live. Naja gut, eine Live-Aufzeichnung. So, auf jeden Fall haben wir hier einen Anstieg, der schneller gewesen ist, weil links von dieser Spiegellinie, das ist nur eine Orientierungshilfe. Also ich finde das zu klein für eine Korrektur. Ich würde mir eigentlich idealerweise wünschen, damit es richtig schön ist, dass wir das hier hinten nochmal bekommen. Das gibt es übrigens, dass man vorne einen Zigzag hat. Da machen wir es mal in einem Stück hier vorne so einen Zigzag. Und hinten ein Zigzag, das nennt man dann zwei Zigzags oder Fahrausdruck, Double Zigzag. Also das ist durchaus nicht untypisch. Und wenn wir das jetzt hier bekämen und das mal hier übertragen, dann sind wir nämlich genau das. Also ich habe es jetzt hier ein bisschen zu steil sicherlich gezeichnet, aber dann sind wir ja bei ungefähr dem, was wir uns vorstellen. Und das fände ich dann besonders schön. Dann hätten wir hier einen Trigger für die Short-Seite an diesem Tief. Dieses hier kann man hier unten als einen Trigger benutzen, wenn man unbedingt Short gehen möchte. Ich muss sagen, ich finde es schöner, wenn wir das etwas umfangreichere Bild haben. Dann ist das Ganze ein wenig aufgeräumter, ein bisschen klarer. Aber leider ist es nicht immer so schön klar. Deshalb müsst ihr euch überlegen, ob ihr das dann trotzdem nutzen wollt. Und sagt Augen zu und durch, wird schon klappen. Denn das CRV, das Chance-Risiko-Verhältnis, ist natürlich insgesamt nicht schlecht, dass diese Bewegung sich nach unten nochmal fortsetzt. Also sowas hier in der Art wäre ja durchaus zu erwarten. Und dann hätten wir ja entsprechend noch Schwung hier nach unten offen. Ob es tatsächlich so kommt, hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Noch ist ja nichts getriggert. Also noch alles viel zu früh, um da direkt loszuschlagen. Deshalb werfen wir mal einen Blick auf den amerikanischen Markt und schauen uns mal an, wie es da aussieht, wie die Amerikaner das im Moment auffassen. Und da muss man sagen, ja, abwärts haben wir hier auch schon. Hier oben hatten wir mal so ein bisschen gedacht, ah, guck mal hier, da sind wir ja schon steil unterwegs. Das geht sicherlich noch ein bisschen tiefer. Jetzt sind wir wieder auf dem Weg nach oben. Und abermals besteht eine realistische Chance, dass das eher korrektiv ist, was wir hier jetzt sehen. Also wenn man das mal so ganz grob so mal auffasst. Das heißt, diese Marke wäre sicherlich nochmal ein Hinweis für, es geht nochmal weiter nach unten. Solange wir oberhalb bleiben, ist ja erst nochmal alles safe. Warum ist nochmal alles safe? Weil das sicherlich nicht der schönste Anstieg ist, den man sich vorstellen kann. Das ist aber definitiv ebenfalls korrektiv. Das heißt, ja, jetzt hast du eben für Short gesprochen, jetzt redest du hier von Long. Ja, das ist völlig richtig. Das beißt sich allerdings überhaupt nicht. Denn Short wird es ja erst, wenn er dieses Zwischentief hier durchstößt. Und wenn er jetzt wirklich hier wackelig immer nur runterkommt, dann kann man natürlich auch sagen, solange dieser Rhythmus bestehen bleibt, bleibe ich dann auf der Long-Seite. Und hier ist als letztes sicherlich die Aufwärtsseite stärker gegenüber dieser Abwärtsseite sowieso. Das ist ja sehr korrektiv. Also ich sehe ganz gute Chancen, dass nicht nur der DAX nochmal einmal hochkommt, sondern auch offensichtlich der Dow Jones da auf besten Pfade unterwegs ist. Inzwischen ist der S&P noch ein bisschen runtergekommen. Ich mache mal hier so die alten Zeichnungen hier mal raus, damit wir ein bisschen aufgeräumtes Bild haben. Was ich aber gerne drin lasse, das ist dieses hier in Verbindung mit den Fibonaccis. Wir sind sehr weit schon runtergegangen, 50%-Marke. Und wir sind klar korrektiv runtergegangen. Also dementsprechend ebenfalls ganz gute Chancen für die Aufwärtsrichtung. Ich muss allerdings auch hier sagen, dass dieser Winkel, ich habe jetzt hier diesen Winkel auch mal eingezeichnet, auch hier sind wir eigentlich zu früh. Also richtig schön fände ich es, wenn er jetzt erst nochmal irgendwie sowas macht und dann hier nochmal runterkommt. Und anschließend geht es dann nach oben. Finde ich noch toller, weil dann kommen wir nämlich auch auf diese Seite der Linie. Das muss aber nicht sein. Also bitte geht nicht davon aus, dass das zwingend ist, sondern es ist nur die Orientierungshilfe, damit man weiß, wie stehen wir denn da. Also wie müssen wir es ungefähr einschätzen, die Situation. Insgesamt allerdings hier die Abwärtsseite klar korrektiv. Gucken wir auf den Nasdaq. Da habe ich ebenfalls noch eine alte Zeichnung drin gelassen. Ihr erinnert euch, Schub nach oben, den haben wir ja gegeben. Das sieht sogar einigermaßen fünffällig aus. Von Kleinigkeiten hier vorne mal abgesehen, wo man sagen muss, hm, was hattet ihr vor? Aber ich denke mal, jetzt im Nachgang kann man sicherlich sagen, das ist eine echte richtige Schubbewegung. Solange es jetzt hier dreiwellig runtergeht. Mensch, ist das nicht das? Ich habe gerade meine alte Zeichnung weggemacht. Ist das nicht hier einmal Schub runter? Dann war hier eine Pause und nochmal Schub runter. Das ist doch genau diese dreiwelligkeit. Super. Und wir sind dahin gelandet, wo wir ihn gerne haben. Nämlich in dieser Box. Die Nasdaq hat also theoretisch fast alles gesehen, was man braucht. Wir machen nochmal einen kleinen Schnelltest mit dazu. Wir gucken nochmal den Fibonacci Retracement Bereich. Das war diese Marke hier. Und jetzt gucken wir nochmal, wie schnell war der erste Teil der Bewegung. Die erste Abwärtsbewegung war von hier nach ungefähr da. Dann hatten wir hier die Seitwärtspause. Und dann ging es von da oder dort, das spielt keinen großen Unterschied, nochmal runter. Also wir hätten sogar einen Symmetriehinweis, dass das und das ähnlich lang ist. Das ist hier angedeutet durch die gelbe Linie. Also wir haben da auf jeden Fall eine gewisse Unterstützung. Und manche Freunde, die sagen, Fibonacci, halte ich nichts davon. Aber wir hatten hier einen Zwischenhoch. Also wir sind hier in etwa in einem Gebiet, wo man sagen kann, die Chance für eine Unterstützung ist relativ groß. Ist das ein Beweis, dass der Kurs jetzt als nächstes dreht? Natürlich nicht. Es ist kein Beweis. Es ist aber ein echter Hinweis, hier genauer hinzugucken. Nämlich, kriegen wir jetzt hier den Dreh oder kriegen wir ihn nicht? Wie kann man ihn erkennen? Wer ganz langfristig, also nicht ganz langfristig, aber etwas langsamer unterwegs ist, der kann sagen, naja, spätestens wenn wir hier durch dieses Hochding dann nochmal durchgehen, jetzt müsste man es noch treffen, komm, machen wir es so, dann kann ich es leichter zeichnen. Wenn wir durch dieses alte Hoch hier durchlaufen, dann sind wir wieder auf der Fortsetzung. Aber kann man nicht hier unten schon irgendwie was sehen? Gucken wir doch mal hier auf diese Seite. Kann man da schon irgendwas sehen? Noch nicht. Was wir bräuchten, wären Schub nach oben und was Wackeliges nach unten. Noch haben wir das hier nicht. Also das ist noch nur ein Angebot, eine Frage, ob das überhaupt passiert. Aber wenn das hier in diesem Umfeld jetzt hier kommt, dann haben wir eine realistische Chance, dass wir dann eben nicht nur das hier nochmal bekommen, wie ich das ja immer sage. So diese 1 zu 1 für eine erste Bewegung, zweite als Korrektur, dritte Fortsetzung. Sondern dass wir das hier sogar als einen Startschuss bekommen. Hey, eigentlich könnten wir doch sowieso schon Feierhaben machen mit der Abwärtsbewegung, denn wir sind auf einer Unterstützung. Das heißt, wir haben hier das Potenzial, dass das uns dann auch noch über diese Marke und dann über diese Marke und dann gegebenenfalls noch höher eben treiben wird. Also keine schlechten Voraussetzungen für den Techie-Markt aktuell. Vielleicht wird es ja doch noch Weihnachten und vielleicht ein bisschen Entspannung von der Seite. Alle Märkte haben so die Tendenz, eine realistische Chance für nach oben zu haben. Dow Jones und DAX sind eher noch verhalten, was das angeht. Ob es nicht doch nur so eine Zwischenrallye ist. Hier haben wir eine realistischere Chance. Allerdings, natürlich, wenn der jetzt hier wackelig nochmal hier nach oben kommt, dann kann auch locker nochmal eine Abwärtsbewegung kommen und dann sind sie vielleicht wieder alle synchronisiert und machen dann alle im Anschluss das Gleiche. Ihr seht aber, das bullische Bild ist noch nicht gänzlich. Egal, ob es die Verlängerung der Korrektur noch gibt oder ob es jetzt schon bei den ersten in den Dreh reinkommt. Es sieht eher so aus, als ob das Ganze noch relativ harmlos bleibt. So, in diesem Sinne, euch erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Beitrag. Euch toi, toi, toi an den Märkten. Bis dann. Ciao, ciao.